Du hast eine Netflix-Karte mit einem Gutscheincode, welchen du einlösen möchtest? Öffne dazu auf deinem PC oder deinem Handy den Browser und gehe danach auf netflix.com.co.de Du findest den Link auch unten in der Beschreibung dieses Videos. Auf dieser Seite gibst du nun deinen Netflix-Gutscheincode ein und klickst danach auf Einlösen. Im nächsten Schritt musst du dann noch die E-Mail-Adresse deines Netflix-Kontos angeben, so dass Netflix weiss, welchem Konto es das Guthaben gutschreiben soll. Bis zum nächsten Mal.